Hi, mein Name ist Sebastian. Heute geht es um Schnittkanten an der Tischkreissäge. Wie ihr nämlich solche Schnittkanten in Zukunft vermeiden könnt, das zeige ich dir in diesem Video. Ich möchte ehrlich sein, ich habe vorweg natürlich das kreissägeblatt gewechselt. Da war nämlich dieses hier drauf. Ist schon ziemlich stumpf, ziemlich verharzt und sehr, sehr, ja, stumpf kann man sagen. Und wenn man dann so eine Platte, Sperrholz hat und die dann auch quer schneidet, das heißt quer zur Faser, dann gibt es solche hässlichen, bösen Ausrisse. Ist in der Regel nicht der Fall, also sollte es jedenfalls nicht bei euch sein. Das war so ein bisschen mutwillig beabsichtigt, so ein, ja, so ein Brett herbeizuzaubern. Aber ich möchte dir heute zeigen, worauf es ankommt. Ausrissfreisägen an der Tischkreissäge. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass 80% diese Bosch GTS 10X10 zu Hause stehen haben. Der eine oder andere, beziehungsweise 5% werden wahrscheinlich eine Formatkreissäge da stehen haben. Und der Rest wird wahrscheinlich so einen Mischmasch haben. Festol, Dewald und Einhell und Co. So, das ist eigentlich die beliebteste Säge und das war auch meine aller, allererste Tischkreissäge. Und deswegen gehe ich, also die Basis von diesem Video basiert einfach auf dieser GTS 10X10. 10X10? GTS 10XC, genau, so war das. Und das ist eigentlich die beliebteste Säge und die Basis des Videos ist einfach diese Säge hier. Es gibt nämlich so ein, zwei Sachen bei dem Zuschnitt von, beispielsweise jetzt hier, Spanplatten, die beschichtet sind. Und die können wir leider hier nicht einstellen. Das kannst du beispielsweise aus einer Formatkreissäge machen oder hochwertige Tischkreissägen. Aber ich möchte dir ein paar Tipps verraten, wie du mit der GTS 10XC auch vernünftige Schnitte machen kannst. Also das Ganze dreht sich jetzt um Spanplatte, wie ich schon gerade erwähnt habe. Gibt es ja viele, in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben, heutzutage Dekore ausgestattet. Die bekommt ihr auch beispielsweise bei Plattenzustand24. Das ist mein Plattenpartner, kennt ihr wahrscheinlich. Der hat auch andere Plattenmaterialien, wie Siebdruckplatten, wie Spanplatten, wie Multiplexplatten, wie Acrylglas. Und ganz, ganz viel mehr. Schreibt euch das mal an. Ein passender Rabattcode findest du unten in der Videobeschreibung. Und das ist eigentlich unser Material, was wir jetzt hier ausrissfrei sägen wollen. Und dann ist natürlich das Allerallerwichtigste, dass du ein richtiges Sägeblatt drauf hast. Besser gesagt, ein scharfes Sägeblatt. Das sind die Grundvoraussetzungen. Und so ein Sägeblatt, so ein richtiges Sägeblatt, das was mitgeliefert wird, das ist ein universales Sägeblatt. Damit kannst du Vollholz zuschneiden, damit kannst du mal eine Platte zusägen, damit kannst du Multiplex zusägen, damit kannst du Bretter zusägen, Kanthölzer zusägen. Also ein universales Sägeblatt. Und dieses Sägeblatt, was ich jetzt drauf gebaut habe, du siehst schon die Unterschiede, das hat viel, viel mehr Zähne. Umso mehr Zähne wir haben, umso feiner, umso sauberer wird das Schnitt. Wenn du jetzt noch mehr Zähne machen würdest, die Kreissäge hat keine hohe Drehlaufzahl, das heißt, es würde dann irgendwann Brandspuren kommen. Sprich, dieses Sägeblatt hier, das werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken, eignet sich eigentlich bestens dafür. So, und das ist nämlich hier auch ein Wechselzahn. Sprich, es ist kein Flachzahn, sondern ein Wechselzahn. Das heißt, die Zähne wechseln sich immer ab. Der eine ist so, der andere ist so, der andere ist so und der andere so. Das heißt, die schneiden dann immer, zack, gleichmäßig links und rechts ins Material rein. Dementsprechend reißt das Material nicht aus. Es gibt natürlich nochmal spezielle Sägeblätter, Trapezzahn, Hohlzahn. Die eignen sich vielleicht gar nicht für diese Maschine hier sich zuzuholen, weil du mit der Maschine beispielsweise gar keine hohen Drehzahl erreichen kannst. Und du würdest vielleicht gar keinen Unterschied sehen. Also fassen wir mal ganz grob zusammen. Der Ausgangspunkt ist natürlich eine saubere Maschine. Das ist eigentlich Grundvoraussetzung. Des Weiteren sollte die Absauganlage funktionieren der Maschine. Sprich, Spanhaber aufgesetzt. Das habe ich in den meisten Fällen in meinen Videos nicht. Keine gute Vorbildfunktion. Aber ihr solltet natürlich sorgen, dass die Absauganlage funktioniert. Warum? Weshalb? Ganz einfach. Die Späne kann durch anderem Mal im Sägeblatt, zwischen Sägeblatt und Material gelangen. Und dann kann das auch zu Ausrissen führen. Dann braucht ihr ein scharfes Sägeblatt. Egal was für ein Sägeblatt du hast, es sollte auf jeden Fall scharf sein. Es sollte nicht verharrtet sein. Es sollte scharf sein. Ganz, ganz einfach. Die Einstellung ist eigentlich das A und O jetzt bei dieser Tischkreissäge hier. Und jetzt fragst du dich, was meint ihr denn mit Einstellung? Ich meine natürlich die Höhe des Sägeblattes. Das Sägeblatt, also die Zähne sollten gerade mal über dem Werkstück stehen. Einen kleinen Ticken drüber, vielleicht noch 2, 3 mm oder 5 mm und dann ist das Ganze perfekt. Warum? Weshalb? Die Zähne sind draufgelötet und wenn du die bündig oder vielleicht 2, 3 mm über dem Werkstück lässt, dann sorgen die Zähne dafür, also das Hartmetallstück, was draufgelötet ist, dass die nochmal ein, ja die kommen ja aus das Material rausgeschossen und es kann dadurch sein, dass die die Oberfläche, also diese Harzbeschichtung hier, dass die dann das Ganze, ja, zu Ausrissen sorgen. Das heißt, die sollen mindestens drüber stehen, plus 5 mm. Und das war es eigentlich schon. Dann kommt noch hinzu die Vorschubgeschwindigkeit. Wenn du jetzt dein Werkstück so, wumm, durchziehst, dann bringt dir das beste und schärfste Sägeblatt nichts. Du hast garantiert dann Ausrisse. Warum? Weshalb? Ganz einfach. Die Drehgeschwindigkeit von deinem Sägeblatt und die Vorschubgeschwindigkeit ist dann zu schnell. Das Sägeblatt dreht dann quasi noch langsamer. Und dementsprechend hast du dann Ausrisse. Das heißt, schieb dein Material ruhig, schön, sachte, natürlich auch nicht zu langsam. Da musst du ein bisschen Gefühl haben. Schön sachte durch das Sägeblatt durch, durch den anderen Anschlag vorbei. Und dann müsstest du eigentlich tolle und vorzeigbare Ergebnisse erzielen, wie ich jetzt in diesem Fall hier. Dann gibt es natürlich noch einen anderen Trick. Das Ganze abkleben. Habe ich schon damals gelernt von meinem Vater und Co. Und ihr habt wahrscheinlich schon oft festgestellt, dass das Abkleben gar nicht so viel bringt. Kreppband sowieso nicht. Und dann gibt es diese Form nochmal vom Paketband, so ein Kunststoffband. Das könnt ihr sowieso vergessen. Also das kriegt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr von den beschichteten Platten ab oder ihr fummelt euch da zu Tode. Es gibt ein sogenanntes Schutzband. Das ist ein bisschen dicker und das könnt ihr verwenden. Und das minimiert so ein bisschen die Ausrisse, aber auch nicht zu 100%. Das mal dazu. Und dann, wer jetzt ganz, ganz viele Plattenmaterialien zusägt und in nächster Zeit vorhat, er will natürlich ein Schleier aufmachen und so weiter und so fort, den kann ich ganz einfach empfehlen, als nächsten Schritt sich vielleicht eine Tauchkreissäge zuzulegen. Mit der Tauchkreissäge kannst du nochmal schönere Schnitte erzielen oder du überlegst dir mal den Kauf für eine Formatkreissäge. Das ist natürlich extrem kostspielig. Du brauchst Platz, du brauchst eine Absauganlage und du brauchst natürlich das nötige Kleingeld. So eine Formatkreissäge ist sehr, sehr teuer. Ist natürlich auch mein Traum, aber passt hier gar nicht rein und kann ich mir auch gar nicht leisten. So, ich hoffe dir dieses Video gefallen und ja, alle Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Es gibt was ganz, ganz Neues jetzt. Ich habe ein, ja wie soll ich sagen, keinen Shop auf Amazon. Amazon hat die Möglichkeit mir eingerichtet, dass ich meine Produkte dort aufstaffeln kann. Sprich, alles was du hier findest in der Werkstatt, ob Zwingen, ob 230 Volt Maschinen, Ob, wenn es flutschen soll, ist eine Kategorie bei mir, die ich angelegt habe oder, 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 oder Autopflegeprodukte oder zum Thema Reifenwechsel. Ich habe da ganz, ganz viele Sachen aufgelistet. Alles was ich in der Werkstatt habe oder was ich weiterempfehlen kann, das wirst du dort finden. Den Link packe ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Schau mal rein, würde ich mich mega drüber freuen. Und für alle die, die jetzt sagen, ey, du bist geldgeil oder keine Ahnung was, das ist eine ganz, ganz simple Geschichte, Amazon. Natürlich, Partnerprogramm kennt wahrscheinlich jeder von euch. Das heißt, wenn ihr auf diesen Link klickt und euch die Sachen anguckt und vielleicht irgendwas kauft, dann kriege ich eine kleine Provision von ein paar Cent. Das hat den Hintergrund, also es wird für euch nicht teurer, ne, das müssen wir ganz klar mal unterstreichen. Aber, ähm, wenn ihr es jetzt kauft, ob ihr es darauf klickt bei mir und ich kriege eine kleine Provision oder auch nicht, ähm, ihr tut den Kanal damit was gut ist. Das heißt, es ist eine Winn-Winn-Situation. Ihr kauft es, euch tut es nicht weh oder ihr nehmt meine Beratung oder, äh, gibt mir was wieder und ich erfreue mich beziehungsweise ihr unterstützt den Kanal. Weil so am Rande eigentlich, ihr kennt mich ja, eigentlich mache ich dafür nicht so wirklich Werbung. Ich sage zwar, in jedem Video ist unten verlinkt für die Neulinge, die hier gerade eingeschaltet haben und das nicht wissen. Weil viele fragen mich immer, hey, was hast du da verwendet, wo finde ich das? Ich finde es auch nicht so schön. Es ist ein bisschen schwierig auf YouTube mittlerweile, wenn man jetzt das Ganze auf dem Fernsehen guckt oder per Smartphone dort unten die Infobox zu finden. Aber die befindet sich direkt unter dem Video. Wer suchet, der findet auch, ja, das mal so am Rande. Und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Denk an den Rabattcode und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und dann noch was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt natürlich über Ausriss freie Schnitte, gibt es natürlich nochmal zwei Videos. Einmal zu der Kapp- und Gärungssäge und einmal zu der Tauchkreissäge. Es gibt nämlich so ein paar Tricks an diesen Maschinen und die zeige ich dir in diesen Videos. So, das war es jetzt auch. Ciao.